Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seiner Gentle-Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ich hier in Gen-Z's Journey. Das wird anstrengend. Dieses Gebiet ist tatsächlich sehr schwierig, weil man nur schweren Überblick drüber behält. Mit diesem abgeranzten Baum. Wundervoll. Ja, geil. Die sehen auch viel besser aus als vorher. Auch vorher so ein erkennbarer Block. Oh, gleich ein Champion-Fetisch. Diese Viecher sind die Hassgegner von allen Diablo-Spielern, weil sie relativ viel Schaden machen und immer weglaufen, sodass sie ein oder die ganze Karte in sämtliche Motoren bringen. Wir haben eine Jade-Figur gefunden. Eine goldene, die eine Quest getriggert hat. Wir sollen Cain zu der Jade-Figur befragen. Das werden wir auch tun. Aber noch nicht jetzt sofort. So, andererseits sind wir jetzt sowieso fast da. Dann gehe ich einfach mal kurz zurück. Dann machen wir das gleich. Mhm. Mhm. Ich zeige Melschiff die Figur. Also Melschiff, ne? Im Deutschen heißt er tatsächlich Melschiff, weil wir Deutschen offensichtlich nicht in der Lage sind, richtig Namen auszusprechen. Ich schaue Sie. Das Jade-Figurin wird das Set, das ich collecte. Hier. Ich habe die Statuette eines goldenen Zutaten für Jahre, aber ich finde es ein fairer Exchange. Also, der Dockseid ist wahrscheinlich die einzige zivilisierte Ort, die in Urast ist. Alleine das ist übrigens ein Statement, ne? Dass der Hafen der einzig sinnvolle Ort ist, oder was das ist. Wie kann man die Destruktion zerstören? Wie kann man die Terror in Angst fliegen? Du hast große Herausforderungen vor dir, Ormers' Dinge. Boah, er könnte recht haben. So, wir müssen zu Alcor mit dem Ding, ne? Ja. Upsi, da war ein Fehler am Audio. So, Tränke halten wir mal noch. So, kehre zu Alcor zurück. Was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Library von Domes. Heretical, exegetical, hermeneutical und pharmaceutical. Okay. Auf jeden Fall eine Menge Uticals. Das machen wir dann später. Wir erkunden erstmal weiter. Das ist übrigens auch der erste Akt, ne? Wo man einfach keine Quests hat. Wo man einfach rausgeht und sich denkt, oh ja, wir müssen halt die dunklen Wanderer hinterher. Ich glaube, das müsste gereicht haben, um ihn hier zu triggern. Aus den Aschinen von Grille, ich habe mich für Sie mit Borschen. Cool. Kann man ein 20 Leben erhalten. Das ist so ein bisschen, ne? Ja, auf dem Level sind 20 Leben noch viel. Einen Schwierigkeitsgrad später ist so ein bisschen so, nö. Ah, und jetzt kommt dann die nächste Quest. Okay. Never forget that your ultimate purpose here in Kourast is to destroy Mephisto. The ancient Horadrim imprisoned the Lord of Hatred inside the Guardian Tower that is located within the temple city of Travenkall. Know this, friend. The only way to gain entry to Mephisto's prison is to destroy the artifact known as the compelling orb. Mephisto used this device to control the Zacarum priests and their followers. The orb can only be destroyed with an ancient flail imbued with the spirit of the one incorruptible priest. Soon after his imprisonment, Mephisto worked his evil corruption on the Zacarum priesthood. All were turned to his dark ways. save one, Kaleem, the K-Hagan of the High Council. Mephisto directed the other council priests to slay and dismember Kaleem and then scatter his remains across the kingdom. The priest Sankakur succeeded Kaleem as K-Hagan, eventually becoming the embodiment of Mephisto here on the mortal plane. The corrupted High Council fashioned an orb to control the rest of the Zacarum faithful and use their powers to hide the lair of their master from mortals. Your task is to collect the scattered relics of Kaleem, his heart, his brain, and his eye. Then using the Herodric Cube transmute Kaleems flail with his relics. Once this is accomplished, you must destroy the compelling orb with Kaleems will to open the way into the corrupt sanctum of Mephisto. Jetzt mal, Quest design aside, ne? Reza verkrümmelt sich auch, sehe ich gerade noch. Ich wünsche eine gute Nacht. Ähm. What the fuck? Also, ähm. Ja. Bitte tue drei Dinge, drei Körperteile und einen Pflege in den Horatrim-Würfel. So. Okay. Aber ja. Der Goldene. Hier. Finde Kaleems Relikte. Such den Erspinnenhöhle nach seinem Auge. Und das ist, was wir hier hauptsächlich tun werden. Das ist im Grunde dieselbe Sammelquest wie in Akt 2, nur anders. Ne? Nicht den Horatrim-Stab, sondern Kaleems Relikte. Ansonsten ist tatsächlich das Quest-Design hier ein bisschen unkreativ. Aber ja, wie gesagt, es ist auch der erste Akt, in dem man so rausgeht und eigentlich erst mal gar keine Quest hat. Und ich schware am Anfang aus, so sieht man ja so, hä? Aber was mache ich denn jetzt? Und man geht halt einfach irgendwann raus, weil einem sonst nichts bleibt. Und wird dann erst so nach und nach an die Aufgabe rangeführt. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Ansonsten haben wir jetzt erfahren, wer, ähm, in welchem Körper Mephisto steckt, ne? Wir wissen, wir wissen, Diablo ist von unserem Helden aus Diablo 1, war, hat einen der mächtigsten Magier der aktuellen Zeit, der aktuellen Epoche, muss man ja fast sagen, in Besitz genommen, Teil rascher. Und Mephisto steckt jetzt also in einem Ruhepriester des Sakarum-Ordens, nachdem er seinen Vorgänger nicht korrumpieren konnte und ihn dementsprechend abgesägt hat. Und abgesägt meine ich jetzt nämlich wörtlich, denn er hat ihn ja in eine Winde verfreuen lassen. Das ist mir übrigens super dankbar, dass ich den Eismarkier dabei habe. Das macht die Fetische hier deutlich angenehmer. Und ansonsten merkt ihr, wir kommen hier gerade relativ gut durch, was sicherlich auch daran liegt, dass ich meinen Schaden nochmal geupdatet habe, ähm, bevor ich rausgegangen bin. Das war tatsächlich ein bisschen ein Glücksgriff. Und das ist auch die Macht, ne, dieses Söldners, dass er den Gegner einfach wirklich einführt. Und wir sparen uns so viel Schaden dadurch. Das ist großartig. Keine Äpfel noch. Ich bin der Überzeugung, dass wir von keinem anderen Söldnaten so viel Schaden wie für den aus wie für den. Die Söldner aus 2 wären sicherlich auch eine Idee gewesen, weil die eine Aura haben, wie die Paladine. Und wie das, was hier unser Sterni für uns macht, ne, also, der hätte auch unsere Gefolgsleute nochmal mit irgendwie frischen Eigenschaften versehen. Warum ich immer zurückgehe, ist übrigens, wir müssen hier beide Flussseiten erkunden. Das kann durchaus sein, dass sich auf der anderen Flussseite nochmal was verbirgt. Was das Ganze auch wieder ausdauerintensiv macht, weil man so viel rumrennt. Fällt auch fest, ne, ich brauche nicht mehr für die schon jetzt im Normalbereich, wie ich das am Ende von AX3 gebraucht habe, ähm, die Wolfsgestalt, um zurecht zu kommen. Das heißt, grundsätzlich geht der AX3 wieder sanft los. Rüber und gucken mal. Rückwärtsgang. weiter. Wir wollen hier nur nichts übersehen. So. Das ist auch, was mich auch so ein bisschen überrascht, ne, ist, wir kommen her und im Grunde ist keiner davon überrascht, dass der Orden der Sack herunggefallen ist, als wer, das scheint ja auch schon ein ganzes Weiche so zu sein. Und das schien irgendwie auch allen bekannt zu sein. Weil Deckard Cain ja so, er hat das hier übernommen und überhaupt und sowieso und kein bisschen schon so von oh mein Gott, was ist hier passiert? Sonst ist es nicht so, ja, oh, das ist schon 20 Jahre her. Das überrascht jetzt keinen wirklich mehr. Die Empörung ist abgeklungen. Wir arbeiten jetzt halt damit. Ähm, oh. Oh, das Inferno sah schön aus. Ähm, diese Fetische, also diese kleinen Manneken, können sie ich äh, da gibt es manchmal zwei, die übereinander stehen. Das sind dann die Schamanen des Ordens, also der Gruppe. Die können, äh, Feuerzauber machen und ich glaube, Leute heilen und so. Und, äh, man killt die, indem man den einen von dem anderen runterklopft und dann hat man zwei Einzelne vor der Nase. Findet ihr ein sehr schönes Detail. Der Aufmerkern, beobachtet, erkennt diesen Gegnertypus, dieser kleinen Viecher übrigens aus 1, ne, da waren es die Rattenmenschen, glaube ich. Oh, wow. Hier ist ja Wattel. Okay, dann lasse ich jetzt doch mal eine halbe Armee aus den einzelnen Viechern. Dann müsste ich es dann doch nicht umrennen lassen. So. Da habe ich jetzt aber noch keine Höhle, ne? Ne. Wir sind einfach nur Ruinen. Ich finde auch die Geräusche, die hier machen, das ist großartig. Gerade so bestimmte Sterbeltöne sind wundervoll. Oh, und die sollten eine Wotax. Bleib stehen! Das heißt, wenn man sie dann hat, geht's in der Regel. Der Rüstungswert ist relativ hoch. Das heißt, wenn man pechhart, hat man einen schlechten Angriffswert und dann steht man davor und trifft sie einfach nicht. Trifft sie nicht tot, die Welt, aber das Problem haben wir jetzt gerade zum Glück nicht. Wir kommen hier nicht rüber. Wir müssen da hinten die Brücke nehmen. Ja. Scheiße, wir müssen auch die Hintergrundmusik hin. Ganz dezenter Bannung versteht. Feueranimation, ich kann mich daran nicht satt sehen. Das ist ein wunderschönes Feuer, finde ich. Sowohl 1-3 Kälteschaden, das ist nicht so wahnsinnig. Die Rauchgrufe zur Brunnen interessiert uns nicht und die Wurfax sowieso nicht. Die Einrichtung zertreten. Wer auch immer eine Falle in den Balkon gebastelt hat. Und hier, ich finde das, ich gehe noch mal kurz in den alten Modus. Hier ist es schon nicht schlecht, na, eingefügt in die Umgebung. Aber alter, gliedert sich das hier wundervoll ein. Da kann man wirklich dran vorbei rennen. Weil man das nicht sieht. So schön fügt sich das in die Umgebung ein. und hier ist der Wegpunkt. Wundervoll. Das klappt doch prima. Ab zur Spinnenmonstergruft. An alle Anwesenden, die Schwierigkeiten mit Spinnengegnern haben. Sie sind nicht groß. Ich meine, es ist die isometrische Perspektive, aber es kommen welche. Und es kommen viele. Und sie sind so wund... die kann ich jetzt nicht mehr unverwandelt. Sie sind so wunderschön gemacht. Viel besser als die alten Wodellop. Ah ja, hier sind auch wieder die Eierlebenden. Ich erinnere mich. Ich meine, wir kommen so zurecht, so grundsätzlich. Ja, hier geht es dann wieder zurück. Mag auch die Lichtverhältnisse wieder, naja, es ist schön dunkel hier drin. Diablo 3, ihr werdet es dann sehen, wird deutlich heller sein, im Allgemeinen. Neben ist in allem, was nach Art 1 kommt. Art 1 und Diablo 3 ist noch verhältnismäß größer. Aber es wird dann anders. von der Tonalität dann einfach viel mehr schlacht und weniger der große Fokus. Was man jetzt gut oder schlecht finden kann. Ich mag es nicht so sehr. Ich finde nach wie vor von der Stimmung her Diablo 1 weit abschlagende hat natürlich Gameplay-Techno dann seine Schwierigkeiten machen. Dann müssen wir uns ein bisschen verbreiten. Aber... Ah... 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 Ganz durch. nicht schön wie die spinnen uns gerade einfach nicht mehr hin da war nicht das auge drin normalerweise ist immer der das ist auch nicht die spinnenhöhle wo wir rein sondern die spinnenmonster gruppe stelle ich gerade fest das heißt das ist nur einer der zusatz dungeons das ist gar nicht unser quest dungeon bedeutet also es kommt noch ein spinnen auf uns zu ich erinnere mich es gab zwei davon finde ich aber einen der schöner gelungenen also dungeon technisch mag ich das wieder da geht mir ab 1 zum beispiel deutlich mehr auf den keks weil die so unregelmäßig sind und damit so schwer zu navigieren nehmen wir jetzt einfach unser überschüssigen stadtportale und geht zum wegpunkt können wir eigentlich auch kurzes inventar leer machen 1 bis 3 kälte schaden nehme ich mal nicht auf was soll der quatsch brauchen wir wirklich nicht so langsam werden runenwörter realistischer wenn ich noch nicht das gefühl haben dass wir da jetzt zwingend was brauchen im gegenteil ich habe das gefühl wir gehen momentan noch so schnell durch die items das ist echt nicht so wir haben ein besonderes soll ich sie zum studieren sehen was sind da passiert timbo moto ein wunderschönen guten abend an dich und deine mitstreiter neun person kommt rein nehmt euch setzt euch t wie komme ich denn zu der ehre schön dass ihr da seid was habt ihr gemacht und wie war es vor allen dingen und hallo ich bin ein neues student das ist jetzt aber es ist ein klinger zeit ist das muss ich kurz gucken jell aus jess dankeschön für dein follow und schön dass du reinschaust danke dass du bleiben willst und so ja was wollte ich sagen genau ich bin the gentleman scientist wir spielen gerade wie ihr seht die haben wir zwei resurrected wir machen hier aber auch zwischendurch andere sachen also ich mag story games ich mache aber auch regelmäßig am wochenende die science news da kommen wir her bevor wir dann zu diablo 2 sind und haben einfach über wissenschaftliche dinge gesprochen da ist natürlich auch corona immer wieder ein thema und so weiter und so fort ja das gibt es so bei mir jetzt sagt er er mag story games und spielt diablo 2 das stimmt wir werden hier nicht fünf millionen bar runs machen wir werden uns einfach mit der geschichte auseinandersetzen und außerdem ist diablo 2 einfach cool und ich finde für ein hack and slay hat es sehr viel reichhaltige geschichte und das mag ich sehr gerne so tempo motor hat sich durch diablo 2 gegrindet classic oder resurrected wahrscheinlich resurrected ne klingt aber auch cool seid ihr im ersten durchlauf oder schon fünfmal durch und sucht irgendwie das perfekte set item aus welcher ecke kommt ihr und dann darf der graue ich habe dich gesehen schön dass du reinschaust ja das war meine jugend sünde könnte man sagen hab ja so eins da war ich viel jünger als ich hätte sein sollen und habe dann irgendwann das weihnachten als es rauskam habe ich diablo 2 zu weihnachten gekriegt und wart quasi für diese ferien bis neujahr nicht mehr gesehen habe ich dann im keller vom computer verschanzt aber ich hatte den vorteil es war für meine eltern okay so du bist tatsächlich der heimung rein da macht aber auch klassengeils auf youtube schön schön dann wirst du hier wahrscheinlich zahnfleisch bluten kriegen weil ich hier tatsächlich so ein bisschen vor mich hin stümper wir sind aber auch noch auf normal unterwegs ist heute also keinen wahnsinnigen unterschied machen ich habe ja schon gesagt wir spielen eher um die geschichte zu erleben und um auch das spiel zu zeigen natürlich war ich auch einfach nur wie ihr resurrected sich so macht im vergleich zu classic und hier ist das große moor hier wollen wir noch nicht hin und gehen wir gleich wieder zurück aber wenn wir jetzt schon hier sind dann hauen wir ihn natürlich auf die nase da waren schamane ihr habt ihn gesehen mit zwei fücher übereinander das ist übrigens auch eine eigene art von akt 3 es gibt hier nicht wie auch in akt 1 und in akt 2 und spoiler ist dann auch wieder in akt 4 wieder gibt diese klassischen übergänge sondern die gebiete gehen einfach nahtlos ineinander über und man muss es dann einfach erkennen so das macht die orientierung deutlich schwieriger sie haben es geschafft einen dschungel zu bauen in dem man sich tatsächlich verlaufen kann trotz mini map es geht manchmal denkt man denkt man sich einfach selber bin ich wo muss ich hin und überhaupt das macht den akt ätzend aber stimmung haben sie eingefangen so diablo 1 kloster bis level 22 mehr gab es nicht wir haben äh diablo 1 tatsächlich auch hier durchgespielt ob ich level 22 ich glaube ich war unter level 22 als wir diablo gekillt haben äh aber da bin ich mir nicht ganz sicher äh muss ich ganz ehrlich zugeben ich äh hab nicht ganz drauf geachtet war auch nicht das kriterium denn wir haben magier gespielt das ging also hauptsächlich darauf wie war unser äh spellbook aufgestellt ach quatsch mir ist wichtig dass die leute spaß am spielen haben gib mir jemand spielt das doch jedem selbst überlassen ja äh diese meinung ist ja in gewissen kreisen nicht unbedingt weit verbreitet aber ich sehe das genauso und was anderes wird man hier wie gesagt auch nicht sehen ähm dafür bin ich einfach nicht genug profi ähm 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 äh 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 Untertitelung des ZDF, 2020